Hallo und herzlich willkommen zum Europa Terra Nostra Podcast. Mein Name ist Ivan Bilokapic und heute darf ich den Vize-Vorsitzenden der Europa Terra Nostra, Jens Böse und Herr Jörg Hähnel von der deutschen Stimme begrüßen. Jens und Jörg, ich grüße euch. Hallo in die Runde. Hallo zusammen. Mit mir nochmal Jens und Jörg. Jens, der Vize-Vorsitzende der Europa Terra Nostra und Jörg von der deutschen Stimme. Jens, die Europa Terra Nostra ist grundsätzlich eine politische Stiftung, doch ich würde sagen, hinter diesen Kulissen verbirgt sich allerdings viel mehr als nur, sagen wir, trockenes Politisieren. Es gibt viele Aktivitäten, die die Stiftung fördert und verschiedene Projekte und durch diese Projekte präsentiert sich auch die Stiftung selbst zur Öffentlichkeit, also präsentiert sich der Öffentlichkeit. Inhaltlich reich ist die Europa Terra Nostra definitiv. Wie schätzt du das ein, also in den letzten zwei Jahren, wie sehr stark hat sich die ETN eigentlich inhaltlich weiterentwickelt? Was für Projekte hat die ETN bis jetzt gemacht und wie ist es am Ende jetzt zu den neuesten Projekten des Videoseminars gekommen? Ja, also Europa Terra Nostra arbeitet eigentlich seit Anfang an sehr vielschichtig. Das heißt also, wir haben uns jetzt quasi nicht nur auf die reine, trockene, analytische Arbeit in der Stiftung quasi begrenzt, sondern sind da viel weitergegangen. Wir haben also ja viele Kongresse organisiert, wir haben also Besuchergruppen quasi nach Brüssel organisiert, wo wir quasi ja auch unser Hauptquartier teilweise auch hatten, zeitweise auch hatten. Wir haben dieses Videoseminar jetzt zum dritten Mal quasi durchgeführt und ja, wie sind wir darauf gekommen? Also es ist folgendermaßen, der Jörg und ich machen ja seit einigen Jahren zusammen DSTV. Es dürfte sicherlich den meisten, die hier zuhören, ein Begriff sein. Und ja, wir haben also da eigentlich mit, wie soll man sagen, mit nichts angefangen, also mit ganz wenig Geld und auch noch nicht allzu viel Erfahrung und haben uns dann über einen längeren Zeitraum ja das erarbeitet, dieses Wissen erarbeitet, diese Kenntnisse erarbeitet. Und das sieht man also heute an den Filmen, dass wir uns doch da weiterentwickelt haben. Und wir haben gedacht, dass ja diese Videos ja immer mehr einen höheren Stellenwert einnehmen, in der politischen Propaganda auch, und dass wir dieses Wissen ja weitergeben wollen. Und da war die Idee geboren, dass wir so ein Seminar durchführen und andere quasi dann an dem teilhaben lassen, was wir gelernt haben und andere da quasi versuchen anzuleiten, auch Filme zu machen. Dieses Videoseminar, wie du es schon gesagt hast, Jens, das wird jetzt zum dritten Mal organisiert. Jörg, warst du von Anfang an da also mit dabei, die letzten zwei Videoseminare? Ja, ich war jetzt bei allen dreien dabei. Jens hat es ja schon erwähnt, durch unsere enge Zusammenarbeit haben sich auch diese Seminare dann inhaltlich entwickelt, dass wir dann auch zusammen festgelegt haben, was wollen wir eigentlich machen, wen wollen wir erreichen. Ein Hintergrund war natürlich auch, dass wir nicht ganz uneigennützig gesagt haben, es ist für uns natürlich von Vorteil, wenn wir Leute haben, die auch selber was erlernt können, selber was können, um dann auch uns in der Produktion oder in der Zulieferung von Material zu helfen. Also das funktioniert wunderbar. Deine Tätigkeiten sind normalerweise mit der deutschen Stimme verbunden. Was genau machst du für die deutsche Stimme? Also ich mache für die deutsche Stimme einiges im grafischen Bereich, auch für die Zeitung. Aber hauptsächlich betreue ich für die deutsche Stimme das Projekt STV, jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich glaube, dass wir da doch geschafft haben, eine relativ große Zielgruppe mittlerweile zu erreichen und eben über das Printmedium auch ein audiovisuelles Medium für die deutsche Stimme zu bieten. Wie Jens es schon erwähnt hat, es ist in der heutigen Zeit äußerst wichtig, sich professionell der Öffentlichkeit vorzustellen, auch professionell seine Ideen zu präsentieren durch Vlogs, Podcasts, YouTube-Kanäle. Jörg, deiner Meinung nach, seit wann ist diese Relevanz der alternativen Medien präsent? Wenn ich zurückblicke, denke ich, dass die Wahlkampagne zum Beispiel von Donald Trump die rechten alternativen Medien in den Vordergrund gerückt haben, weil gerade der Donald Trump seine Präsidentschaft den alternativen Medien zu verdanken hat, die den Freiraum des Internets genutzt haben, um Trump abseits der etablierten Medien in den Vordergrund zu rücken. Richtig, und das ist der eigentliche Punkt, seitdem die sozialen Netzwerke in den Medien an Bedeutung gewinnen und man dadurch selbst die Möglichkeit hat, abseits der klassischen etablierten Medien selbst Meinungen zu vertreten, Meinungen nach außen zu propagieren, Seitdem nehmen auch die alternativen Formate, also Podcasts, Videos etc., nehmen die auch an Bedeutung zu, weil man eben selbst es in der Hand hat, seine eigene Zielgruppe sich zu erarbeiten und auch zu erreichen, was vorher so gut wie undenkbar war. Also ich denke, dass diese Entwicklung ja schon ein bisschen länger eigentlich anhält. Also auch zu Obama-Zeiten gab es ja auch schon diese Tendenz, dass man vermehrt die sozialen Medien und so weiter nutzt. Aber eine wichtige Sache, die da also manchmal außer Acht gelassen wird, ist auf jeden Fall, dass die Technik auch immer weiter fortgeschritten ist und dass diese Technik auch viel günstiger geworden ist. Man kann ja heute also auch sehr gut schon mit dem Handy oder mit dem Telefon schon sehr gute Aufnahmen machen. Auch in anderen Bereichen kann man also da mit günstigen Mitteln heute schon viel tun. Was man also früher, was früher undenkbar gewesen ist. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass heute sich jeder quasi ein günstiges Schnittprogramm oder ein gratis Schnittprogramm aus dem Internet herunterladen kann und dort quasi versuchen kann, Filme zu schneiden. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass jetzt diese Filme irgendwie eine Art Massenphänomen werden und das auch bei Facebook zum Beispiel immer mehr wird. Facebook hat ja auch einige Umstellungen auch gemacht, um quasi es zu erleichtern, quasi Videos zu veröffentlichen und so weiter und so weiter. Und dadurch haben sich auch die Sehgewohnheiten der Menschen geändert. Also früher war man das typische Fernsehbild gewöhnt und alles, was im audiovisuellen Bereich war, musste dann auch so aussehen. Dadurch, dass die Home-Anwender nun auch in diesem Bereich vordringen konnten, sind dort die Ansprüche an Bild und Ton, haben sich auch geändert, sodass letzten Endes auch der einfache Anwender einen Film machen kann, wo der Zuschauer trotzdem sagt, das ist in Ordnung, das kann ich mir angucken. Wo wir schon beim Thema alternative Medien und Internet sind. Es gab in den letzten paar Wochen viel Krawall im Europaparlament. Vielleicht weiß Jens etwas mehr darüber. Nämlich die Eurokraten haben es versucht, so diskret Regelungen durch ein Set neuer Gesetze zu bringen, die das Internet quasi zerstören würde in der Form, wie wir es kennen. Sie wollten quasi das Internet als streng kontrollierte Zone regulieren und dadurch den freien Austausch von Informationen verhindern. Ich habe gelesen, dass diese Regelung im Europaparlament zum Glück nicht durchgegangen ist, aber es ist schon ein klares Zeichen, dass die Hochpolitik und die etablierten Medien daran interessiert sind, den Spielraum im Internet zu begrenzen und damit den Austausch von Informationen zu verhindern, wo sie vielleicht auch nicht möchten, dass die Öffentlichkeit etwas erfährt. Ja, das ist natürlich, sagen wir mal so, die Verbreitung im Netz und die Möglichkeiten im Netz sind natürlich ein Segen, weil man natürlich auf einfache Art und Weise viele Menschen erreichen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo ein Flucht, weil man ist natürlich extrem abhängig davon, dass man also da bei Facebook und Co. auch geduldet wird. Und man ist von jetzt auf gleich, das ist diese Erfahrung, haben ja viele gemacht, ist man quasi abgeschalten oder wird gesperrt und so weiter und kann dann alles, was man quasi vorher aufgebaut hat, ist dann quasi relativ schnell wieder dahin. Das heißt, man muss in diesem Bereich also mehrgleisig fahren und kann sich dann also nicht nur auf ein Medium da verlassen. Also ja, letzten Endes natürlich versuchen die öffentlichen Medien mit aller Macht auch ihr Meinungsmonopol zu erhalten und tun natürlich deshalb auch alles, was auf alternativen Wege kommt, als Fake News ab und versuchen dann mit großen Kampagnen auch dagegen anzugehen. Ja, es ist natürlich völlig richtig, wie Jens sagt, dass es sowohl Fluch als auch Segen ist. Natürlich hat jeder jetzt die Möglichkeit, seine Meinung zu verbreiten. Allerdings hat auch jeder Quatschkopf die Möglichkeit, seine Meinung zu verbreiten. Und der Rechercheaufwand auch für einen selbst, was es war, was es nicht war, ist natürlich ungleich höher als zuvor. Zuvor allerdings haben die meisten Leute natürlich gedacht, was dort schwarz auf weiß, was im Fernsehen kommt, ist wahr. Heute hat sich das Bewusstsein in gewisser Weise geschärft, dass das, was verbreitet wird, sowohl in den öffentlichen Medien als auch in den sozialen Medien, dass man das nicht alles für bare Münze nehmen kann, dass man auf jeden Fall selbst reflektieren muss, was ist richtig und was nicht. Richtig. Vielleicht hat auch das dazu beigetragen, dass insgesamt die Leute, also die Menschen auch kritischer geworden sind. Also ich meine, man spürt ja schon auch einen Bewusstseinswandel, dass die Leute quasi jetzt auch nicht mehr alles auch für bare Münze nehmen, was in den Nachrichten kommt und so weiter und dass da auch hinterfragt wird. Und vielleicht ist das auch darauf zurückzuführen. Ja, das halte ich auf jeden Fall für möglich. Noch zum Thema Videoseminar. Wird dann bei dem Videoseminar auch politische Theorie beigebracht oder fokussiert ihr euch nur auf das Technische? Nein, also dafür würde auch die Zeit überhaupt nicht ausreichen. Wir sprechen natürlich eher politische Leute an, dadurch, dass wir eben das über die Stiftung Europa Terra Nostra machen und vornehmlich natürlich patriotische junge Leute. Aber um dort jetzt auch noch politische Inhalte beizubringen, das ist auch nicht unbedingt unsere Aufgabe, sondern uns geht es darum, Handwerk zu vermitteln. Theoretische Grundlagen. Was ist wichtig? Was muss ich wissen, wenn ich mich in diesem Bereich betätigen möchte? Und dann natürlich auch die ganz praktischen Sachen. Wie setze ich das um? Wie schaffe ich das, was ich denke, was ich möchte, auch dem Betrachter wiederzugeben, sodass der versteht, was ich von ihm will? Es ist ja für uns natürlich nicht möglich, jetzt in zwei Tagen Seminar die Teilnehmer dort komplett auszubilden. Und das sehen wir auch nicht als unsere Aufgabe an. Aber es geht uns darum, dass wir durch gewisse strukturelle Handlungsweisen, also zum Beispiel Aufbau eines Regiebuchs und so weiter, die Leute quasi dazu zu bringen, eine Struktur in ihr Arbeiten hineinzubekommen. Und wir wollen ihnen auch dann mit diesem Seminar auch zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also was gibt es an Technik? Was gibt es an Programmen? Was gibt es an tollen Kamerafunktionen? Und so weiter und so weiter. Das heißt also, wir können dort keine Schnittseminare oder Ausbildung machen. Das funktioniert natürlich in so einem Zeitraum gar nicht. Aber uns geht es halt generell darum, die Menschen und die Teilnehmer in die richtige Richtung zu stupsen. Und vor allem auch Ansprechpartner zu sein. Also dass sie wissen, wenn sie jetzt was machen, sie sind nicht ganz allein. Sie können sich an irgendjemanden wenden, wenn sie Fragen haben. Sie können auch mal Feedback bekommen. Einfach mal fragen, wie ist denn das geworden? Was denkt da darüber? Und das hilft den Leuten, glaube ich, auch sehr viel weiter. Wie ist das mit den Beteiligten beim Video-Seminar? Wir haben schon erwähnt, das war das dritte Video-Seminar, das organisiert wurde. Kommen jedes Mal neue Leute dazu? Oder gibt es auch Leute, die auf den ersten zwei Video-Seminaren schon dabei waren? Eigentlich waren es immer neue Leute. Also es gab natürlich Überschneidungen. Aber im Großen und Ganzen, weil wir auch thematisch uns jetzt noch nicht so groß dort im Angebot gewandelt haben, sind das doch andere Leute. Das heißt, wir haben jetzt doch schon eine relativ breite Masse, die wir dort ausgebildet haben. Und wir werden dann ab dem nächsten Seminar dann versuchen, auch thematisch etwas anderes anzubieten, um auch die, die jetzt schon mal da waren, dann auch eine Stufe weiterzubringen. Gibt es auch Anfragen zur Weiterbildung? Zum Beispiel jemand kommt zum Video-Seminar, dann sagt einer, ja Jörg, ich bin an diesem technischen Aspekt hier interessiert. Ich möchte mich damit etwas mehr befassen. Kannst du mir weiterhelfen und so weiter? Ja, es kommen zwischendurch natürlich immer mal Fragen von Leuten, die dann irgendwas wissen wollen und die man dann auch berät. Nur wir haben dieses Seminar jetzt natürlich noch nicht zu einer regelmäßigen Institution gemacht, dass wir jetzt gesagt haben, wir können alle paar Monate dort was anbieten, sondern machen das immer noch so einmal im Jahr. Und zwischendurch die Leute, die halt Interesse haben, die kommen zu uns und können Fragen stellen. Oder wir geben auch in den entsprechenden Gruppen, wo wir die Leute dann auch über Facebook oder so zusammenziehen, geben wir dann auch immer Hinweise. Es war zum Beispiel ein Teilnehmer da, der hat gesagt, also er möchte jetzt einen Podcast machen, einen neuen Podcast. Und er hat jetzt da keine Erfahrung und auch keine großen Mittel. Und wie macht er das? Und da wurde jetzt ja hauptsächlich durch Jörg dann auch, oder durch die Teilnehmer insgesamt dann ja beraten, wie hat er das aufzubauen und wie sieht es am besten aus? Wie kommt er am besten rüber? Und das hilft natürlich dann so einem Neuen ganz, ganz viel. Und ich bin mir sicher, dass der in Kürze dann jetzt da einen relativ professionellen Podcast veröffentlichen wird, einen Videopodcast. Den wird er natürlich dann auch uns dann vorher schicken und sagen, hey, ich habe das und das jetzt aufgenommen. Was sagt er dazu? Dann werden wir das kritisieren. Und somit ist er dann auf dem richtigen Weg und wird was Professionelles machen. Da bin ich mir davon überzeugt. Ja, es werden natürlich bei jedem Mal auch andere Aspekte angesprochen. Und wir haben ja auch bei den letzten zwei Malen vor allem einen sehr, sehr ausgeprägten, praktischen Teil, wo natürlich immer ganz andere Aspekte auch angesprochen werden und wo die Leute dann selber auch machen müssen. Und dieses Machen, dieses Probieren, Ausprobieren mit anderen zusammen, das hilft den Leuten doch weiter. Also selbst wenn man schon fünfmal da gewesen ist, kann man dadurch immer wieder was lernen. Ja, richtig, richtig. Aber es gibt ja auch Weiterentwicklungen. Zum Beispiel hatten wir dieses Mal zum ersten Mal halt auch über 4K gesprochen. Wir haben also eine Drohne dabei gehabt, die wir quasi dann ausprobiert haben. So eine Steadycam wurde ausprobiert. Das sind also natürlich auch dann technische Anschaffungen, die wir dann gemacht haben oder Weiterentwicklungen, die es gegeben hat, die wir dann also auch ausprobieren. Also das sind ganz normale Abläufe. Ihr habt gerade einen Beteiligten erwähnt, der seinen Podcast starten möchte. Gibt es überhaupt noch so Beispiele von Leuten, die das Videoseminar besucht haben und die danach erfolgreiche Vlogs oder YouTube-Kanäle gestartet haben und ähnliche Projekte? Ja, das kann man schon so sehen oder auch so sagen. Also zum Beispiel Kevin Brederick aus NRW, der ist ja verantwortlich für Blickpunkt TV, der veröffentlicht also regelmäßig Videos. Und auch gerade bei ihm hat man also gesehen, dass er sich wirklich weiterentwickelt hat und diese Videos immer besser geworden sind und das ja auch wirklich da quasi von den Seminaren profitiert hat. Aber auch zum Beispiel, ja, der Macher von Nordland TV war ja auch schon bei uns und verschiedene Parteigliederungen, die waren schon da und die haben also da Filme herausgegeben und produziert und so weiter. Also da ist, auch von der JN waren einige da. Ja, also da ist einiges entstanden und das macht natürlich uns auch Spaß, wenn wir sehen, ja, man macht etwas und da kommen auch dann Ergebnisse. Natürlich ist das nicht so, dass wenn wir jetzt da 15 Personen dort sitzen haben, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass da jetzt da 15 Meisterfilmemacher daraus werden, ist ganz klar. Das wäre unrealistisch, weil viele, die kommen dann und sagen, hey, das ist dann vielleicht doch nicht meins oder ich konzentriere mich auf andere Dinge. Das ist ganz klar. Aber ich sage mal so, wenn wir so ein Seminar haben und bringen dann 5, 6, 7 Leute auf den richtigen Weg und da kommt was bei raus, dann denke ich mal, dann haben wir in so einem Wochenende sehr viel geschafft. Das Interesse scheint doch da zu sein. Du hast gerade einen Beteiligten erwähnt, der aus Nordrhein-Westfalen zum Videoseminar kam. Kommen da quasi aus allen Ecken Deutschlands Leute, die einfach beim Videoseminar mitmachen wollen? Ja, wir hatten ja zwei Kameraden aus Franken zum Beispiel jetzt dabei. Wir hatten jemanden aus Österreich jetzt sogar dabei. Ja, eigentlich aus allen Ecken, kann man so sagen. Also aus Sachsen natürlich und so weiter. Da gibt es jetzt also keinen punktuellen Schwerpunkt, regionalen Schwerpunkt. Jörg, wie wichtig ist so ein technisch perfektes Video eigentlich? Zählt heute deiner Meinung nach noch mehr der Inhalt des Videos oder achten die Leute mehr auf die Präsentation, also auf die Verpackung, sagen wir mal? Nee, also sowohl als auch. Also es ist beides wichtig. Natürlich, man hat selber auch als politische Organisation oder als politischer Mensch natürlich einen Anspruch, das, was man tut, auch möglichst gut zu verpacken und auch nach außen zu verbreiten. Ich habe das aber auch beim Seminar den Leuten so gesagt. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass man jetzt die perfekte Ausrüstung hat und den perfekten Film macht, sondern wichtig ist, das, was ich sagen möchte, auf die geeignetste Art und Weise zu verbreiten. Und das muss nicht immer der Hochglanzfilm sein. Das kann von mir aus auch das Handyvideo sein, wo man einfach auf viele Sachen dann viel besser achtet, wenn man so ein Seminar mitgemacht hat. Dass man zum Beispiel dann sagt, gut, wenn ich schon mit Handy filme, ich achte darauf, dass ich das Handy richtig halte, dass ich es ruhig halte, dass ich nicht so viele Bewegungen reinmache und vor allem, dass ich einen vernünftigen Ton dazu habe. Und das ist eigentlich das Wichtige, die Teilnehmer dafür zu sensibilisieren, was möchten sie nach außen tragen und auf welche Art und Weise können sie das am sinnvollsten tun. Das ist jetzt mal nur das kurz am Rande, weil das der Jörg auch gerade erwähnt mit dem Ton. Wir haben ja also uns mit dem Film beschäftigt und das Film, das ging also irgendwie dann viel, viel einfacher, als eigentlich die Sache mit dem Ton in den Griff zu bekommen. Also das kann ich nur sagen, das ist also eine viel, viel kompliziertere Sache. Aber wir haben es natürlich schlussendlich auch hinbekommen, aber da braucht man also viel, viel Erfahrung. Ja, also man arbeitet natürlich immer an allem, was man kann. Und es ist für uns auch wichtig, den Teilnehmern zu sagen, ihr werdet nicht von heute auf morgen die perfekten Filmemacher, sondern fangt erst mal mit dem an, was ihr könnt oder was ihr habt. Wenn euch das liegt und wenn ihr das beherrscht, dann geht den Schritt weiter. Rüstet die Technik auf, besucht vielleicht auch noch andere Seminare über die Volkshochschule oder sonst irgendwas und versucht so Schritt für Schritt weiterzukommen. Ja, in jedem Bereich, in jedem Bereich. Und wir versuchen natürlich unser Spektrum irgendwie zu bedienen. Das, was wir selber gelernt haben oder das, was wir uns selbst erarbeitet zu haben, nicht für uns zu behalten, sondern andere auch dorthin zu bringen und sie dort mitzunehmen. Wir sind jetzt auch keine Profis, aber wir haben einfach gesagt, es nützt uns nichts, wenn wir das nur für uns behalten, nur unser Projekt machen. Viel sinnvoller ist es, auch andere dahin zu bringen und vielleicht wachsen andere noch wesentlich über uns hinaus und können dann das übernehmen, was wir jetzt machen. Da haben wir übrigens auch gar kein Problem damit, das also auch zu sagen, dass wir keine Profis sind. Also wir suggerieren jetzt nicht, dass wir da alles wissen würden. Wir lernen an so einem Seminar also auch einiges. Also ich kann auch nur sagen, wir hatten jetzt auch einen jungen Teilnehmer dort. Da war ich also wirklich auch erstaunt, was der für ein tolles Wissen also auch schon hatte und uns auch in vielen Bereichen also auch etwas erzählen kann. Aber das ist doch gut so. Also wie gesagt, wir machen jetzt nicht den Besserwisser. Es geht uns darum, wir wollen gemeinsam da Personen oder Leute voranbringen. Wir wollen aber selber natürlich auch vorankommen und von daher haben wir da also keinerlei Eitelkeit in diese Richtung. Also im Grunde genommen sind beide Aspekte zu beachten, der Inhalt sowie die Präsentation beziehungsweise Produktion. Der technische Fortschritt hat ja vieles verändert, definitiv. Hat sich aber neben der Propagandamitteln auch die politische Nachricht, die wir vermitteln, verändert? Früher war die Eins-zu-eins-Kommunikation noch wesentlich entscheidender. Ja, also auch die freie Rede und vor Ort mit den Leuten zu tun haben, das ist heute völlig in den Hintergrund gerückt, was natürlich auch gewisse Nachteile hat. Ja, es wird alles wesentlich beliebiger. Aber aus dieser Beliebigkeit muss man eben versuchen, sich herauszuheben, eben durch Qualität oder durch ein hohes Angebot, ein möglichst vielfältiges Angebot, dass man den Nachteil, den man hat, weil man die Eins-zu-eins-Rede nicht mehr wählen kann, dass man das irgendwie ausgleichen kann. Ja, also mal ein Beispiel, wenn man noch vor einiger Zeit quasi sehr darauf gesetzt hat, zum Beispiel als eine Widerung einer Organisation, einen Informationsstand auf der Straße zu machen. Das ist natürlich, ist eine wichtig, ist nach wie vor eine wichtige Sache. Man wird im Stadtbild quasi gesehen, die Bevölkerung sieht einen, man ist da, man kommt mit Leuten ins Gespräch, mit Bürgern und so weiter. Das ist natürlich alles auch eine wichtige Sache. Aber was natürlich mittlerweile zugenommen hat, ist auch die richtige Vermarktung eines, zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel, eines solchen Infostandes. Das heißt also, ich muss mir genauso Gedanken machen, wie organisiere und wie führe ich einen Infostand durch, als auch, wie vermarkte ich ihn danach. Weil wenn ich dann auf der Straße vielleicht von mit zwei, vielleicht mit 300 Personen an so einem Tag dann ins Gespräch oder einfach nur gesehen werde, dann ist das natürlich nicht viel. Aber wenn ich den Infostand richtig dann quasi Anführungsstrichen vermarkte, mit allen Möglichkeiten, die es ja heutzutage quasi gibt, ob das jetzt quasi Videos sind oder Fotos und so weiter, dann habe ich ja die Möglichkeit, viel, viel, viel mehr Menschen damit zu erreichen. Und von daher hat sich da natürlich einiges verändert. Jens, du als Vize-Vorsitzender der Europa Terra Nostra, was kannst du uns noch verraten? Also was für Projekte kommen noch auf uns zu? Wird es wieder ein Videoseminar geben? Also solange es auch eine Nachfrage gibt und solange wir eine Resonanz bekommen, und das haben wir in diesem Jahr auf jeden Fall ja auch bekommen, wollen wir natürlich diese Videoseminare machen. Vorauslich wird das nächste dann also im Juli nächsten Jahres stattfinden. Wir haben es also jedes Mal jetzt, jedes Jahr im Juli jetzt durchgeführt. Wer da also ja Interesse daran hat, der kann sich also gerne unter dem Kontaktformular auf unserer Internetseite quasi gerne an uns wenden. Ich kann das dann vormerken und werde ihn dann zum nächsten Seminar einladen. Aber darüber hinaus, ja, sind auf dem Seminar also auch andere Ideen entstanden. Ich sage mal so Beispiele, wir könnten doch auch quasi Ausbildung machen, also Bildbearbeitung mit Photoshop. Was habe ich da zu beachten? Oder grafische Dinge oder Fotografie und solche Geschichten. Also da sind wir jetzt also gerade so, ja, am drüber nachdenken. Was machen wir dann als nächstes? Aber ich denke mal, da ist noch einiges jetzt von uns zu erwarten in diesem Jahr. Ja, also wir drücken dort auf den Seminar niemanden mit den Daumen, sondern es ist ein relativ, also nicht relativ, es ist ein sehr kameradschaftliches Verhältnis dort zu den, auch zu den Seminarteilnehmern. Und wir wollen die Leute einfach mitnehmen. Die sollen natürlich auch daran Spaß haben. Sie sollen auch von so einem Wochenende was mitnehmen. Sie sollen nicht nur sagen, ich habe was gelernt, sondern sie sollen auch sagen, es hat Spaß gemacht. Es waren tolle Leute. Es war ein schönes Erlebnis. Ja, und was ich noch, wie gesagt, also was ich gerne noch anmerken möchte, ja, wir würden also gerne auch von den Mithörern hier, Zuhörern erfahren, wie es denn denen gefallen hat, ob die dieses Thema überhaupt interessiert. Ihr könnt auch vielleicht auch schreiben, falls euch andere Themen interessieren, die wir mal quasi angehen sollen. Also so eine Sache lebt natürlich auch von der Mitarbeit. Wir sind da jetzt nicht isoliert im Elfenbeinturm, sondern wir freuen uns über Kommentare, über Mitarbeit. Wer mitmachen möchte bei uns aktiv, der kann sich also auch melden. Da gibt es also unzählige Möglichkeiten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt Jens gehört. Besucht unsere Webseite und besucht unsere Facebook-Seite, hinterlässt einen Kommentar und lasst euch den nächsten Video-Seminar nicht entgehen. Jörg, bist du das nächste Mal auch wieder dabei? Leitest du wieder das Projekt? Ja, also ich bin im nächsten Jahr ganz bestimmt wieder dabei. Also ich biete mich zumindest an, dass ich da wieder zur Verfügung stehe, auch das Seminar zu leiten. Wenn es um andere Aspekte geht, dann sieht man mich vielleicht auch gerne als Teilnehmer bei solchen Dingen. Also ich habe auch viel Spaß daran, auch selber zu lernen und mich selber weiterzubringen. Es gibt nichts Schlimmeres als stehen bleiben. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist keine Option für uns. Das kommt nicht in Frage. Wir haben heute einiges erfahren. Jens und Jörg haben uns einen guten Einblick in die Aktivitäten der Europa Terra Nostra gegeben. Und wie wir auch erfahren haben, kommen weitere Projekte auf uns zu. Also empfehle ich definitiv all unseren guten Freunden und Kameraden und all denen, die uns zuhören, auch weiterhin uns zu verfolgen. Auf Facebook haben wir unsere Seite Europa Terra Nostra. Besucht uns einfach auf unserer offiziellen Internetseite www.europaterra-nostra.com Wenn ihr Interesse an unseren Projekten habt, wenn ihr mitmachen möchtet, könnt ihr uns jederzeit gerne anschreiben. Und die, die auch in unseren Aktivitäten mit dabei sein möchten und uns aktiv unterstützen möchten, können auch gerne etwas an unsere Stiftung spenden. Jede Hilfe, jede Nachricht, jedes positive Kommentar, Lob, aber auch konstruktive Kritik sind willkommen. Ja, ich begrüße unsere Gäste jetzt und bedanke mich herzlich, dass sie bei dem Podcast heute mit dabei waren. Ja, Jens und Jörg, ich danke euch beiden für das Gespräch und ich bin mir sicher, wir reden bestimmt bald wieder über andere interessante Themen. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt von meinen lieben Gästen und euch, liebe Zuhörer, grüße ich auch und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und Jörg sagt auch Tschüss, ne? Tschüss! Jörg! Musik